Das ist ein Eisbär und ich bin der Moritz. Und am Donnerstag ist in der Ballsporthalle Frankfurt die Eisbärenjagd eröffnet. Mal sehen, was die Jungs davon halten. Wir werden uns jetzt gut vorbereiten auf Spiel 2 und dann mit einer tollen Energieleistung das zweite Spiel für uns gewinnen. Ja, hallo, hier ist wieder mal Marius Nolte von den Deutschen Bank Skyliners. Nach gestern einem sehr deprimierenden Spiel und 7-8 Stunden Busfahrt sind wir heute wieder hier im BCM und trainieren und bereiten uns auf das kommende Heimspiel vor. Wir haben uns viel vorgenommen. Ich denke, wir haben einiges wieder gut zu machen. Gerade was die Intensität und die Energie angeht, da wollen wir eine Schippe drauflegen und ich denke, das wird uns auch gelingen. Und das könnt ihr euch anschauen und ihr könnt dazu beitragen. Wir brauchen eure Unterstützung. Kommt bitte am Donnerstag um 18 Uhr zur Ballsporthalle, feuert uns an, peitscht uns nach vorne und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir einen Heimsieg feiern werden. Danke. Am Donnerstag um 18 Uhr geht es los. Die Deutsche Bank Skyliners gegen die Eisbären Bremerhaven und dann fliegt der Wehr. Aus der Ballsporthalle.